Hier sind wir das Rio Bell Playa, das Haupthaus, hier der Pool mit kleinen Becken, hier das Restaurant, hier ist das Nebenhaus, hier liegen die Leute, schön angelegt mit Papageien, Kacktee, Palmen und hier und da herüben, das ist jetzt ein ganzer Papageienschwamm da drüben. Jetzt hat man sie gleich gesehen, lauter grüne Papageien, das sieht sie bloß nicht so gut, wir haben ein rotes Köpfchen, schön, die fliegen hier in Scharen rum, die Papageien, sind alles freie Tiere.